Soll ich jetzt noch mal, noch mal Melik oder Pionio? Soll ich ein C4 Buggy machen? Soll ich ein C4 Buggy machen? Soll ich... Ah fuck, jetzt bin ich als Melik gespawnt, das war jetzt Stress. Äh, Stefan soll ich Pionio oder Melik? Was soll ich mitnehmen? Ich mach den Buggy! Was soll ich mitnehmen? Soll ich mitnehmen RPG oder... Oder... Oder nehmt ihr eine Chavelin mit und ich... Weiß nicht, ob so viel Lärm erlaubt ist... ...und... 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 ...Fahr mal irgendwo außen rechts rum, weil ich muss C4 machen! ...und... 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 ...jetzt gleich noch nach links! Soll dass ich ein Tank irgendwie mit C4 am Marsch machen kann! Keine Ahnung! Wir haben das... ...ich steigst gerne aus, bleib du einfach drin, du stirbst ja eh nicht! ...das Einsatzziele erobert, ober! Hast du allein von mir weiter dann? Nein, die haben nicht alle auf! Tanko zu B! Soll, der erste Tank ist down! Warte, ich komm gleich! Ich bin nämlich... ...ausgesehen am Einsatz, gespawnt! Ein Tank bei mir, der ist fast down! Da wär cool, wenn da jemand drauf fassen könnte! Ich hab jetzt das Ding auch dabei! Ist ja nix verboten, das Ding auch, oder? Mir äußern! Ich hab's erledigt! C sind zwei hinterm Haus! Das Ding auch ist ja nicht verboten, oder? Ja! Ich mach C4 dran! Achtung, das Einsatz zu gut eingenommen, ober! Ich hab's gemacht! Ich geh mal zu B! Aber sag... Markiert mal die Tanks! Die Tanks! Die Tanks! Die Tanks! Sag mal... Mach mal eine Durchsage, dass sie... ...alle Tanks markieren sollen! Ähm... Stefan! Wer ist bei A? Wiegler... Wiegler ist schon erlaubt! Nicht, dass ich hier jetzt dann... ...Pack! Ja, ist alles los! Ich hab viel zu früh gezittet! Ja, ich hab nämlich... ...gerade... ...ehm... ...einen mit der Egel umgebracht! Ich hab ihn mal! Wiegler! Wiegler... Wiegler... тер Spaß! Achtung! Achtung! Wir haben das Einsatzziel erobert! Zwei Tanks bei der A-Flagge von denen, also die ersten Flagge von denen. Keine Ahnung, welches Praxis ist. Fliege auf die Luft gehen. Da ist noch ein Jet, den kann man zu euch fliegen. Geht schon. Fahr weg, oder? Fahr weg? Ja, aber die Squads machen wir später. Wir haben keinen Jet. Also, ich habe keinen Jet. Wer ist im Jet? So, ja, dann spiel ich jetzt erstmal. Und wo kam denn jetzt der Jet? Ja, ich will ihn sehen. In den Jet. Ihr müsst nur mich mal in euer Squad lassen. Spawn Trapper Pilot. Also, Wild Racer. Servus, kannst du bitte den Mr. Klatsch kicken? Ja, da sind wir... Jawohl, Buggy fahren. Ey, raus da! Ich fliege das. Schauerpfeifer... Alter, fliegt der gut. Was? Ja, Mann! Ja, Mann! Grover! Achtung! Einsatzziel ist neutral! Komm mal rein! Nein! Ja, Gruber. Toll. Das war jetzt Fail, ne? Ja. Schauerpfeifer machen wir das. Schauerpfeifer machen wir das. Mach mal Infanterie. Ja. Zwei Tanks aufziehen. Ja. Machen wir den langen Weger dann, fördert eiskalt, mit Tankstation. Leck mich doch! Scheiß Jett, ey! Alter, von wo? Alter, alleine im Jet kann ich nichts weissen. Ich brauche einen, weil gegen zwei Jets komme ich nicht an. Ich brauche einen, der mich im Jet unterstützt, weil sonst... sehe ich hier... sehe ich hier... keine Sonne. Oh, Scheiß. Alter, fliegt der gut. Oh, Mann! Ich will die gleich übertreiben. Die Viper wieder. Fliegt weit oben, das Viper einfach ist, ne? Rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Bauer. Alter. Die Spiel hat mit der... Also, sie spielen mit der Lenkrakete. Bauer. Ihr müsst die Glomit nehmen, damit könnt ihr zumindest... Ja, okay, den nicht, aber... Wir haben auf jeden Fall einen guten Heli-Piloten, entweder oder das Ding. Ja, haben die. Aber ich... Vielleicht kriege ich einen, aber... Ich kriege nicht beide. Ich brauche einen zweiten Jet in der Luft. Der gleichzeitig mit mir in der Luft ist, weil das funktioniert irgendwie gerade noch nicht. Oh, der Heli kommt runter. Ja, einen Jet habe ich. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da... Joll! Ah, ist Wal von hoch! Alter... Jetzt ist... Nein! Ich... ...gekopter... Ohne! Weck da! Ich werde jetzt schießen! Äh... Mekaze GroKo! Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Alter... Alter, der Typ fliegt so hammer bei denen... Mekaze GroKo! Selten erlebt. Stefan... Ist so viel mal lauf? Der andere ist... Der andere ist random. Oh, dieser Drachenkeule... Der fliegt so hammer! Ja, sonst... Könnt ihr Chewlem nehmen und ich... Hau mich... Hau das Hochlem irgendwo auf den Berge rauf. Dann unten geht ich, man... Achtung! Wir haben noch ein, der傳 fiel Donnalisiert. Oh,เป 87... Oh,��... Dann geht der Sniper Will ich mit einer Sniper spielen oder? Was ist denn der zweite Jet? Ist da einer von uns gerade in der Luft zufällig? Oh Hunter Ja, der ist nicht in meinem Squad und der hört mich auch nicht, weil ich beschäftige die beiden Jets, aber keiner schießt die ab, ich brauche einen, der die abschießt Achtung! Wo ist der Junge denn? Ja, der hat jetzt abgestürzt. Das hat er gut hingekriegt Ja, in eurem Gebiet ist ein feindlicher Panzer, rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor, alright Ja, die, die Dings sind abgelenkt Ja, ich hab einfach keinen Weg gemacht, er konnte ich nicht machen Sag dem mal, sollen wir im Panther Rauchwind nehmen Die können sich nicht mal verteidigen Hey! Oh fuck! Ich werd die Gäste abfackeln! Der Ublem ist hingestellt Und dann geht's 모두 Das ist viele Die Gäste abfackeln Vielleicht in der Übernahme ¡No! Der auch da ist jetzt ich sehe jetzt nicht der steht genauso der stück genauso hinter der mauer dass ich ihn nicht anweseln kann ein feindlicher panzer wurde in unserem gebiet gesichtet die haben so behinderte panzerpiloten ich ich mach mal ein daniel kannst du vielleicht in franken und wie ein anderes war tut weil eigentlich sollte ich ja erst gut sein jetzt höre ich den pro unter nicht bin kann mich mit dem reden so krass schlecht banken soll mit max in einen quad gehen nein nicht mit mir in einen squad der soll ein anderes squad gehen in das wo ich gerade bin damit ich in eures kann jetzt panzer achtet der hat zum rauch gerade noch eingeregst ich werde wieder hin wie ist das oder wie ich brauche einen der jetzt guck mal ich habe die beide beschäftigt die jets und ich brauche jetzt einen der die von hinten abschießt wenn die sich beide auf mich konzentrieren ich habe einen feindlichen jet gesichtet over ja hier haben wir an der plage runter keine falle an leute mal zu wem sollte ich in einen squad gehen was willst du wo sie gehen nach mainz hof lang du sollst nur aus dem squad rausgehen wo du gerade bist damit ich mit den leuten reden kann die jets fliegen und so ok so was soll ich dann ja in mainz geh erstmal aus dem raus dann geh ich in deins dann geh du in meins achtung das einsatz ziel wurde neutralisieren oh ich spinne feindlicher panzer in eurem gebiet rückt mit äußerster vorsicht mit davor draußen gell jo ich bin jetzt gerade schlecht mich ich komme gerade nicht rein weil ich fliegen muss um saubere leistung das einsatz möglich allein ja ja zahl aber v ich bin zu und ichoc bin mit der 浩 in ich die freie die von vom Den einen bei B Pass perfekt, der nächste Ich hab ihn schon markiert Alle zu A, alle zu A, oder? Man, er hat einen Fangsicht Oh, da ist ein Tag Bankrecht auf der Straße Der Turion Jawohl, Tag ist down Ah, scheiße, Mann Ach so, A ist er auf der Seite, stimmt ja Ich markier mal den Chat Nehm mal den Flanker Okay Achtung, Einsatzziel ist neutralisiert, over Schnalde, aus Abgerade Ah, warte Oh, sie haben einen Soflamm-Zert-Shirt Oh, sie haben einen Soflamm-Zert-Shirt Wir kontrollieren jetzt alle sicheren Die Turunkinder Alles fotzen Soll ich dein Fahrzeug her verlieren? Hey, Digga, das holen wir noch Komm, die Runde holen wir noch, Mann Over Vorsicht, ich hab einen feindlichen Scharfschützen gesichtet Over Gut, Kampf und Freak gemacht Fuck Fuck Äh, der Chat von uns ist da Jo Wir haben das Einsatzziel neutralisiert, over Ja 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 Ich habe schon gedrückt Ohne Scheiße, ich könnte nichts machen gegen die Jets, ey Als wenn ich im Heli drin bin Echt für mich ist auch nein Echt für mich ist auch nein Ah ja, am Arsch Ich hab gleich wieder mein Soflamm Ich hab gleich wieder mein Soflamm Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert Ich hab ihn Ich hab ihn Stationiert Achtung Wir haben das Einsatzziel erobert Over Ich hab den Ding einfach mal nach Rein in der Base Der Jet hat geflared Ja, ich markier den Heli Warte auf den nächsten Jet und MaxLine geht jetzt aus Ohne Entspielcel auf die Warte wahrscheinlich Oder hast du Achtung Wir haben einen Feindlichen Jet in Orlando Speed gesichtet Over Was war das? Ha? So, vordher mal wieder dahin gekommen ist weiß keiner Hier der Heli, jetzt erstört gleich mal Soflamm Bye Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Jawohl, Franko. Neutralisiert, over. Ich ja. Franko hat den Deckungsstör. Auf, auf, halt. Ich würde bei Codkiller sagen, dass er nicht in den Jet reingehen soll. Ich habe gerade den falschen Panzer in Ordnung. Falschen Panzer in Ordnung. Falschen Panzer gesichtet, over. Oberhand schaden, Max-Man. Ihr wisst, dass die im Squad nur die Leute im Squad hören können, ne? Ich kann euch gar nicht gut hören. Wildraiser und Max-Man. Ja, aber ich konnte dich eben nicht hören. Kamikaze, du hörst nur die Team-Leader und die können auch nur die, die hören. Ich konnte keinen von euch hören. Ich höre auch nur, dass ich labern und Barry und Ball. Alter. Gib doch mal meinen Score. Hä? Stefan, ich höre nur euch, die bei mir im Squad sind. Der Rest höre ich nicht die anderen Squad-Leader, die auf Team haben. Ja. Ja. Ich wollte dich nicht hören. Also ich auf die... Also ich auf die... Ich höre die nicht. Ich höre nur dich. Ich hab's doch reden mit irgendjemand und... Tja. Ja, das habe ich dir vorhin glaub schon dreimal gesagt. Ja. 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 Ja.